Zur Info, alle hinteren, die ihr hier auf der Strecke seht, sind markiert mit Straßenmalkreide. So wie dieses Rast, das steht jetzt außerhalb. Kurze Regelkunde, sollte das Ding mit vollem Umfang aus der Markierung herausbefördert werden, so sind das drei Strafsekunden, pro Sektion kann man sich maximal drei abholen. Das heißt, sollte man in dieser sogenannten Washing-Maschine, wo die Hände, ja für 150 Grad Donut machen, also sieben von elf, acht, neun gibt es trotzdem nur drei, das Ding hat zehn Meter fünfzig auf zehn Meter fünfzig. Kann man sich vorstellen, der Wendekreis von so weit leise bis irgendwas bei elf, zwölf Meter, also wo die durchdrehen, die hinterrede geht dann nix. Also, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände! Das ist sehr fiel, das wirklich dabei. Jetzt cursed ich jetzt auch jetzt von normally. Willkommen zu haben? Ich bröck mich into der thrilleden Sache. Ja, Ralf Spaniel im BMW E24 und wenn ihr euch fragt, warum der Koffer so brüllt, kein Problem, ne, wie ich sag's euch, V8-Punkt-Messor, unter der Haube des alten BMW, auch er im Warenhaus, um die 517 PS, der Haube haben, von Ralf Spaniel und sein Lieblingsspanakus, Jörg Stoll, ebenfalls nicht das erste oder zweite Gymkhana-Event, ne, schon mehrere, bei uns absolviert der Jörg, aber wir haben dieses Wochenende auch ein paar absolute Neulinge dabei, unter anderem Sascha Wurster, allerdings hat er vorher seinen Kühler zu rusten, schauen wir mal auf die Koffer. Koffer, 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 Koffer Untertitelung des ZDF für funk, 2017